Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmmmm, Yeti Ketchup. Ist das Yeti Ketchup oder kann das weg? Mmmmm, Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Ich darf Ihnen sagen, dass Frohsinn und Humor, über deren Notwendigkeit wir so häufig mit tierischem Ernst gesprochen haben, in viel größerem Umfang als bisher in unserem Programm Einzug halten und Ihnen Entspannung und Unterhaltung bringen werden. Lisa Petry ist seit kurzem Brandmeisterin. Ausbildung hat sie ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Job gemacht. Und der ist nun wirklich ausfüllend Intensivkrankenschwesterin. Lisa Petry, Intensivkrankenschwesterin, das ist ja schon mal ein Job, der auch viel Kraft kostet. MDR Verkehrsdienst. Die B181 Merseburg-Leipzig ist zwischen Tschöschen und Gören in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Umgeleitet wird über Schladebach und Pissen. Ist da gerade eine Couch an uns vorbeigefahren? Über Schladebach und Pissen. Hallo everybody on Tova Podcast. Gummisch, Tiefel, Ketafelstampfer. Wunderbar. Jetzt läuft die Aufnahme. 12 Stunden, 13 Minuten und 47 Sekunden kann ich noch aufnehmen. Das ist unsere maximale Podcast-Dauer, die wir noch zur Verfügung haben. Das ist der Countdown, den wir mal neulich unterbrochen hatten und jetzt wieder starten können für was komplett anderes. 65 schon, so lange ist das jetzt schon her. Ja, fast ein kleines Jubiläum, aber nur klein. Du hast eine Frage gestellt zu meinem Wasserkocher, wo ich mein Mikrofon reingestellt habe als Mikrofon. Die erste Frage ist natürlich, ist da noch Wasser drin? Ne, das habe ich schon mit einem Küchentuch rausgewischt. Das ist jetzt trocken und ist auch nicht mehr heiß. Ich habe mir kurz, bevor ich das Mikrofon reingestellt habe, habe ich mir noch eine... Machst du das immer mit einer Zungenprüfung? Also die Zunge unten an die Heizwedel dran halten und wenn die nicht mehr heiß ist, deine Zunge... Genau. So läuft das. Und dann kann das Mikrofon rein. Und du weißt, ich habe eine Asbestzunge, da ist das alles gar kein Problem. Aber zu viel Hitze ist dann nicht gut. Ja, nee, nee, da ist ja schon abgekühlt jetzt einigermaßen gewesen. Ich hatte ja vorhin eine Gemüsebrühe drin gemacht. Ich bin ja jetzt Veganer. Ich bin umgestiegen von Hühnerbrühe auf Gemüsebrühe. Und das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte... Was wollte ich eigentlich machen? Achso, anfangen. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuva-Podcast, die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 65, dicke Schlitten Kartoffelpüree. Ich bin Mario der Eismann und wie immer per Kartoffelsalat. Ich bin Mario der Eismann und wie immer per Büxentelefon zugeschaltet aus unserem Außenstudio in Erding ist der Mann, der seit fast zwei Jahrzehnten versucht, sich die Kultur Bayerns anzueignen. Tobias! Mario, ich grüße dich, euch liebe Höris auch und ich habe festgestellt, es ist nicht schaffbar. Also man muss ja einfach wirklich aus der Erde heraus rauswachsen, bis man das wirklich kann. Ja mei, aber ich arbeite dran und ich versuche es und zopfe dies. Ja, das reicht doch schon. Das ist doch schon beeindruckend. Also das ist doch schon gut. Damit kommst du doch schon recht weit. Gehst du zum Oktoberfest? Ne, also wenn, dann fahre ich mit der S-Bahn, weil es ist echt weit, 40 Kilometer fast von mir aus. Und ich glaube, vielleicht nicht. Ich muss noch mit unserem guten Professor Doktor Monichtau Bunsenberger reden, ob er mich überhaupt lässt. Das ist schön, dass der bei euch so ähnlich heißt wie unser Bunsenbrenner, der Bunsenberger bei euch. Also der Virusforscher, unser Podcast-Virologe Professor Doktor Honichtau Bunsenbrenner vom Muppet-Institut für Angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz MovieBar, ist immer noch unterwegs. Und er hat aber jetzt uns was geschickt. Er hat Mr. Bean getroffen. Mr. Bean hat er getroffen und er hat sich nach dessen Impfstatus dann natürlich auch erkundigt, so im Smalltalk. Und das hier hat Mr. Bean gesagt. Ich bin nicht gegen Pockengeist. Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich wiederhole es nochmal. Ich bin nicht gegen Pockengeist. Das ist wie, wer hat das gesagt, ich bin kein Berliner? Das war John F. Kennedy. Ich bin kein, ich bin, ich bin kein Berliner, hat er gesagt damals. Genau, ja. Er hat sich korrigiert, oder man hat es rausgeschnitten, ich weiß gar nicht, man hat glaube ich das K rausgeschnitten damals und das ist dann viral gegangen. Damals schon viral gegangen. Ja, das ist halt eingeschlagen, wie ein Blitz. Ich gehe vielleicht auf unser Erdinger Herbstfest, weil ich heute ein Plakat gesehen habe. Das beginnt übrigens am Samstag. Am jetzt, nee, am Podcast Samstag, also am Tag nachdem, bevor wir auf Sendung gehen. Ja, es geht über eine Woche lang und es kommt natürlich ein Ehrengast und zwar Dr. Söder. Wieso ist der Doktor? Der Doktor. Markus, der Markus Söder. Dr. Markus Söder kommt und der darf das nicht eröffnen, das darf er nicht, aber er kommt als Ehrengast. Aha. Und welchen Bezug hat er zu Erding? Also wieso kommt er da hin? Zu Erding hat jeder einen Bezug. Stimmt, konnte ich das vergessen. Bier und das ist das Lockmittel. Ach so. Erding besteht ja eigentlich aus einer großen Brauerei und da haben sich alle Anwohner so angesiedelt um die Brauerei. Sie hat einfach gelockt mit gesundem Flüssigkeitsgut. Hopfenblütentee, ja. Hopfenblütentee. Und das Konzept funktioniert, geht auf und es ist, wie sagen wir, es blüht. Es sind blühende Landschaften hier. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ähnlich vom Grundsatz her wie das Münchner Oktoberfest, nur halt ein kleiner oder wie ist das? Es ist eigentlich ähnlich, also es gibt zwei große Zelte in Erding, da passen vielleicht 6000 Leute rein und ansonsten gibt es das gleiche. Es gibt Händel und du kannst auch, ich glaube sogar ein Ochsen bestellen, genau. Und Schweinsbraten, also Bier gibt es natürlich auch, also es ist Sucksinn identisch, nur etwas kleiner und heimeliger. Und vielleicht ein bisschen preisgünstiger, die Mors? Ähm, nein. Nein, nein, okay. Und das Entscheidende ist ja eine entscheidende Frage, die uns alle interessiert im Vergleich zum Münchner Oktoberfest. Beim Münchner Oktoberfest darf ja Leila nicht gespielt werden. Darf das denn in Erding gespielt werden? Das weiß ich nicht. Also wir sind so weit weg von dem aktuellen Zeitgeschehen, dass es glaube ich nicht mal auffallen würde, ob, wenn es gespielt werden würde oder wenn es auch weggelassen würde. Man kann ja dann einfach die gute alte Spider-Murphy-Gang spielen. Ja, die kommt, ja, das wäre das, ja klar, also das ist ja auf keinen Fall falsch. Und danach könnte man Leila spielen und dann wieder Spider-Murphy-Gang, da würde es gar nicht auffallen. Aber wenn du das mitkriegen solltest, ob die das, wenn die das spielen und du bist zufällig dort, dann sag mal Bescheid. Das ist natürlich nicht, dass das dann einen Kulturkampf gibt zwischen Erding und München. Aber kann man das einbetten in Skandalen im Sperrbezirk und 20 Zentimeter könnte man Leila noch mit einbetten, oder? Du kannst alles in alles einbetten. Das muss nur ein Profi machen und dann klingt das auch gut. Die spannende Frage ist, wo hört es dann auf? Also wann ist das Niveau wirklich erreicht, dass es zu stark gesunken ist wie die Pegel im Rhein? Wenn dann unser Podcast abgespielt wird, dann ist das Niveau auf dem richtigen Level. Das stimmt, aber da müssen wir uns doch musikalisch noch ein bisschen weiterentwickeln. Mario, was besprechen wir heute? Wir hören mal in die Themenübersicht. Ja, ich glaube, ich muss mir wirklich noch eine Maß holen heute. Maßlos, keine Maßlos. Sonst erträgst du das nicht. Ja, ich finde das funktioniert immer. Gewisser Pegel muss da sein. Das ist auch unseren Höris anzuraten, aber die Stamphöris wissen das. Was macht eigentlich die Spree bei euch in Berlin? Die Spree hat sich jetzt mit der Havel vereinigt, um die Oder zu unterstützen. Also das ist jetzt quasi, aus drei Flüssen macht man jetzt einen, weil für einen reicht das Wasser nicht mehr. Und die fließen jetzt alle als ein Sprafel, Sprafelloder durch Berlin durch. Rückwärts, also die Oder ist jetzt zusammen durch Berlin neuerdings. Genau, also man hat es zusammengelegt, man hat die drei Flüsse. Das heißt aber, die polnische Grenze ist auch mit rübergewandert. Das heißt, Ost-Berlin gehört jetzt zu Polen und West-Berlin ist immer noch Berlin. Hör mal, ich habe in Berlin polnische Nachbarn, die Grenze war nie da. Die existiert nur auf dem Papier. Wo wir schon bei Flüssigkeiten sind, willst du mit dem Getränk anfangen oder ich? Das ist mir eigentlich egal, aber ich würde sagen, du spielst jetzt erstmal unseren Getränke-Jingle. Das klingt gut. Moment, ich krammel mal schnell raus. Wo ist die Kassette? Ich habe heute ein paar Kramen. Hier, da ist sie. Du weißt es ja, ich habe ja meinen Kopfhöreradapter nicht gefunden. Da habe ich in den Schubladen jetzt gefunden. Ich habe noch Diktiergerät-Kassetten. Oh, diese kleinen. Ist da vielleicht noch was drauf? Noch was Tolles, noch was Wichtiges. Geheimdokumente. Wahrscheinlich. Ja, musst du mal irgendwie ein paar Sachen Abspielgeräte, dann hörst du mal, vielleicht irgendwas Interessantes, Lustiges aus der frühen Vergangenheit, die du längst vergessen hattest und verdrängt hattest. Finde ich gut. Also ich spiele mal den Jingle. Das Getränk der Woche. Sollte ich jetzt anfangen mit dem Getränk? Wir haben das, wir müssen eigentlich, normalerweise spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck, aber das dürfen wir einmal in der Sendung, glaube ich, anwenden. Nee, das reicht auch einmal in der Sendung. Deswegen würde ich sagen, wie immer fange ich an. Ich habe heute ein besonderes Getränk und das Getränk ist weiß. Milch. Milch, jawohl. Hafermilch. Warum würdest du das so einfach? Nein, ich habe es natürlich gepimpt mit Kakao, aber das ist eine besondere Milch. Ich habe den nämlich heute direkt vom Bauern, also aus der Kuh fast quasi gekauft. Ach, ich wollte, ich dachte aus dem Bauern. Nein, vom Bauern hast du gesagt. Wir haben in Erding einen Bauernhof und der verkauft Milch. Und die Milch kommt direkt aus der Kuh. Ja, wie deine Supermarktmilch, aber ohne, dass sie groß behandelt wird. Und die hält sich auch wirklich nur zwei Tage. Und da habe ich heute Mittag. Den dritten Tag. Den dritten Tag hast du Joghurt oder Quark oder vielleicht schon Käse. Butter. Butter. Und die habe ich mir jetzt sozusagen, da habe ich jetzt gesagt, die frische Milch, die muss ich jetzt einfach im Podcast trinken. Und ich habe die noch ein bisschen mit 40 Prozent Kakao gepimpt. Was mit 40 Prozent, wie jetzt? 40 Prozent von der Flüssigkeit sind Kakao oder 40 Prozentiger Kakao? 40 Prozent, ach, ich würde es dir ja gerne zeigen, aber du hast ja gar kein Bild heute von mir. Also ich habe, nein, ich habe natürlich. Nee, ich muss mir das vorstellen. Ich habe einfach ganz viel Kakaopulver da mit rein, weil ich noch altes Kakaopulver habe. Das muss weg. Und das Kakaopulver, das trinkt ja sonst niemand, weil das so viel Kakaoanteil hat, dass es einfach nicht mehr nach Schoko schmeckt, sondern wirklich nach Kakao. Kannst du dir das vorstellen, weil so ein Schokogeschmack ist ja eigentlich mehr Zucker als Kakao. Jetzt ist es andersrum, das ist mehr Kakao als Zucker. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass etwas nicht nach Schoko schmeckt, dafür aber nach Kakao. Das war für mich irgendwie immer relativ ähnlich. Es ist ja wie so eine Zartbitterschokolade, die schmeckt ja dann auch nicht nach diesem Standard-Schokoladengeschmack. Ja, wenn dir jetzt ein Kind anschaut, dann hast du ganz viel Butter, Zucker und ein bisschen Kakao. Aber du hast ja jetzt den typischen Milchgeschmack gar nicht mehr, oder wie? Ich habe aber einen schönen Milch-Kakao-Geschmack. Na gut, okay. Ah, das ist herrlich. Lecker. Ja, ich kann dir das nur empfehlen. Das nächste Mal zum Berliner Milchbauern gehen, fahren. Ein 9-Euro-Ticket geht ja noch ein bisschen. Ein paar Tage. Ja. Glaube ich. Dann wird alles wieder teuer. Das ist eigentlich ganz gut gemacht, oder? Benzin wird teurer. Benzin und das 9-Euro-Ticket läuft beides gleichzeitig aus. Ist das so, ja? Das stimmt. Was hast du für ein Getränk? Mein Getränk? Moment. Ich habe es im Kühlschrank. Ich gehe mal kurz zum Kühlschrank. Das nehmen wir an. Gleich hier. Und so. Da ist es. Hast du mehrere Ziffern mit mehrerem Kühlschrank? Ach ja. Klebt noch der Preis auf dem Dings. Es ist, wie soll ich die Schraube, die Flasche. Ein Flachmann. Eine Flachmann-Flasche aus Glas. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn da drin? Steht gar nicht drauf, wie viel da drin ist. Es ist auf jeden Fall nicht viel drin. Doch, 100 Milliliter. 100 Milliliter sind drin. Bitte trinken bis zum 23.08.2022 aus frischen Landeiern von freilaufenden Hühnern vom Ferienhof Bentfeld in Bliesdorf an der Ostsee. Gelegt im mobilen Hühnerstall. Hm, was könnte das wohl sein, was ich hier habe? Ich würde sagen, das ist einfach flüssiges Eigelb. Fast. Es ist hausgemachter Himbeer-Eiercreme-Likör. Und er heißt, er hat noch einen Namen, er heißt Klötenkömen, was so viel heißt wie Eierlikör. Klötenkömen-Himbeere, handgemacht, feiner Eiercreme-Likör, Eiercreme-Likör, boah. Mit Räucherkartenkorn, also frischem Korn aus der Räucherkarte, 15% Volumina. Ich öffne mal die Flasche. Klingt spannend. Was ich mich eigentlich frage, wenn es nicht hausgemacht ist, was ist es denn dann? Wenn es nicht hausgemacht ist. Ich habe mir gerade überlegt, wieso ist ja an dieser Flasche kein Sicherheitsring, aber das macht auch wieder Sinn, weil die müssen ja, wenn die das einfüllen, ist vielleicht keine Fabrik. Das ist wirklich nur eine, du hast doch normal, wenn du so einen Drehverschluss hast, hast du doch einen Sicherheitsring drunter, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, der dann aufbricht. Genau, und da weiß man, ob die Flasche schon mal geöffnet wurde und hier ist eben keiner dran. Ja, 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 klar. Also ich vertraue jetzt einfach mal, ich vertraue jetzt einfach mal, dass da niemand reingespuckt hat oder sonst was. Ich habe es jetzt auch mal geschüttelt. Aber ich würde es... Du kannst das wahrscheinlich, du kannst das dann wieder zurückgeben und dann wird es wieder aufgefüllt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich das jetzt... Weil das kann ich doch jetzt nicht... Wenn man 100 Milliliter austrinkt, ist man dann besoffen? Wie viel Alkohol ist das? Machen wir das jetzt mal hier auf den... Habe ich doch gar nicht gesagt, 15 Prozent. Ich habe es mir jetzt mal hier... Auf den Teller geschüttet, oder? Du leckst es jetzt aus. Auf den Teller geschüttet. Sehe ich das richtig? Oh, das schmeckt lecker. Oh, schmeckt das lecker. Also, liebe Höris, weil ihr das nicht seht, sondern nur ich, der Mario hat sich diesen Eierlikör jetzt auf einen Teller... Es ist wirklich ein Teller, oder? Ich sehe jetzt, das Bild ist leider stecken geblieben. Auf einen Teller gekippt. Ja, es ist ein Deckel von einer... Ich finde, das ist neu, oder? Ich glaube, das ist auch die... Wie stößt denn du dann mit mehreren Leuten an? Teller an Teller? Na, man kann ja auch mit der Flasche, aber man kann auch Teller an Teller, ja. Aber ich sage mal so, wenn man das mit der Zunge auflegen muss, oder gemacht, dann ist das ja viel besser für die Geschmacksnerven, weil auf der Zunge sind ja, wenn man mit einer größeren Fläche rangeht, dann ist das ja viel besser, um den Geschmack richtig aufzunehmen. Es ist toll, schmeckt gut. Also schmeckt richtig schön cremig. Ganz toller Eierlikör und richtig schön himbeerig. Und wärmt auch. Entsprechend ist ja auch Alkohol drin. Also ist wirklich was Feines für die heiße Jahreszeit. Geil, muss ich mir merken, muss ich wieder hin. An die Ostsee. Das ist schön, aber wir sind noch im August. Achso, Entschuldigung, wir zeichnen ja schon jetzt auf. Ja, ja, nee, wir zeichnen jetzt. Der läuft jetzt ab. Ich muss hier nicht brauchen Nachschub. Fünf Euro hat die Flasche gekostet. Aber wirklich ist das Geld wert. Kann ich empfehlen. Klötenkülm, Himbeere. So, ich lecke mal noch auf und du machst weiter. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Also ich finde das fantastisch. Neue Form Eierlikör zu lecken. Du leckst das wirklich ab. Das ist toll. Ich gebe das jetzt mal offen zu. Ich bin nämlich auch so jemand. Wenn mir das Essen richtig gut, gut schmeckt, dann lecke ich den Teller ab. Weil ich die Soße eigentlich nicht mehr für die Geschirrspülmaschine übrig lassen möchte. Ich traue mich auch nicht, das Ganze im Restaurant zu machen. Also noch nicht. Aber vielleicht, wir sind ja im Sparzeitalter, darf ich das dann ab sofort auch machen. Oder du gründest und machst ein eigenes Restaurant auf, dann darfst du alles. Das ist doch ein Zeichen einer Wertschätzung, oder? Wenn du jetzt sozusagen den Teller abläckst. Ja, natürlich. Das hat geschmeckt und so weiter. Also ich bin sehr begeistert von dem Klötenkülm. Das ist toll. Und es deckt mal wieder richtig mein Gefühl, dass du momentan mehr auf dem alkoholischen Trip bist als ich. Nein, das ist doch, wenn dann auch nur ganz kleine Mengen. Also es klingt jetzt so, als ob ich mich rausrede. Das stimmt doch gar nicht. Nein, nein, nein. Denn ich trinke nie Alkohol außer im Podcast. Nie Alkohol außer im Podcast. Wichtig ist ja, was ist passiert, ja. Mir ist ja so einiges passiert. Also einmal habe ich Milch geholt vom Milchbauern. Das habe ich dir und euch lieben Höris ja schon erzählt. Ich habe vor allen Dingen festgestellt, dass man jetzt schon Äpfel sammeln kann. Wir haben hier so wunderbare Äpfelbäume, Apfelbäume in der Stadt. Ja. Und habe mich das letzte Mal mit unseren Nachbarn unterhalten. Die haben dort schon die Äpfel abgepflückt und gelesen, um Apfelmus zu kochen. Aber das macht man eigentlich nur aus Äpfeln, die man sonst nicht anders essen will oder kann. Ja, genau. Das machst du aus diesen Herunterfall-Fallobst-Äpfeln sozusagen. Und ich finde es toll, dass das meine Nachbarn machen, dass von den Stadtbaum-Äpfeln die Äpfel auch genutzt werden. Ja, vor allen Dingen, dass Stadtbäume Äpfel haben. Also das kenne ich jetzt bei uns nicht so in Berlin, dass es Apfelbäume gibt. Ja, das gibt es bei uns. Es gibt eine tolle Obstwiese bei uns und es gibt auch eine Apfelbaum-Allee. Willst du noch was hinzufügen oder soll ich mal was dazwischen hauen? Ja, du kannst auch gerne was dazwischen hauen. Ich haue mal was dazwischen. Das war, dass mir heute früh ein Schuh zerbröselt. Ich bin heute früh relativ zeitig in Berlin aufgebrochen und habe ein paar Sandalen angezogen, die ich aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht erläutern will, unbedingt mal anziehen musste. Die hatte ich aber ein paar Jahre lang nicht angezogen. Das heißt, die waren noch relativ neu, also zumindest nicht getragen. Ich hatte die vor ein paar Jahren mal gekauft, so als Backup, wenn ich mal irgendwie, was weiß ich, mal ein Ersatzpaar brauche, dass man die mal schnell mitnimmt. Also ich hatte da keine größeren Gedanken dahinter und habe die aber nie angezogen. Jetzt habe ich die angezogen heute früh und wie gesagt kaum getragen und wollte, also bin zur Tür raus, habe gesehen, da ist irgendwie so ein kleines schwarzes irgendwas abgefallen. Da dachte ich, naja, da wird irgendwie noch Erde dran gesteckt haben oder was für ein... Ich hatte es ja doch irgendwann mal an, aber schon ewig her. Habe das nicht weiter gesehen und dann bin ich halt ins Treppenhaus runter. Ich bin da drei Etagen dann runter und irgendwie lief es sich immer schwieriger oder es machte irgendwie, es fühlte sich komisch an am Fuß. Als ich dann unten war, noch im Treppenhaus vor der Tür unten, merkte ich, dass plötzlich die Sohle in zwei Teile zerbrochen war und dass mehrere Teile im Treppenhaus rumlagen. Also hat sich die Sohle sozusagen aufgelöst, während ich das Treppenhaus runtergelaufen bin. Das ist schön. Ich glaube, Kunststoff macht das irgendwann mal. So nach 10, 15 Jahren Weichmacher raus, Kunststoff zerfällt. Aber also Moment, also Moment mal. Es gibt so einen Kunststoff und so einen Kunststoff. Also wenn du jetzt sagst, das ist bei Kunststoff allgemein so der Fall, dem möchte ich vehement widersprechen. Ich habe ja auch noch andere Schuhe, die sind jetzt nicht so, die sind ähnlich alt. Aber da ist nichts mit, mit zerbröseln von alleine. Die nutzen sich ab durchs Laufen, aber nicht durchs Rumstehen. Das ist ja biologisch ab, aber dein Schuh, das wäre doch mal was. Ich will ihn mal noch chemisch untersuchen lassen. Ich habe den Schuh noch aufgehoben. Ich werde ihn ins Labor schicken zu unserem Bunsenbrenner. Der soll mal gucken, was da drin ist. Und damit ich einfach mal gewarnt bin und nie wieder so einen Dreck kaufe. Also ich muss eine Schuhwarnung aussprechen. Bana heißen die, glaube ich, da stand da unten drauf. Das war nicht die teuersten, aber auch nicht die billigsten. Aber sowas habe ich überhaupt noch nicht. Also am Schuh zumindest sohlenmäßig. Wer hat sowas schon mal erlebt? Vielleicht fördert der sozusagen das Barfußgehen. Man soll ja mehr ohne Schuhe laufen. Das ist ja gesünder. Vor allen Dingen für so einen, was hast du dann? So einen Senkspreizplatt? Knick, Spreiz, Senkfuß. Klinkelfuß? Knick, Spreiz, Senkfuß habe ich. Senk. Knick, Spreiz, Senkfuß. Drei Stück. Knick, Spreiz, Senk. Wer sich das ausgedacht hat, ja. Und dann ist Barfußlaufen wahrscheinlich das allerbeste. Und das ist jetzt so ein Schuh, der sich dann irgendwann mal von selbst zerlegt, der fördert das dann auch. Und du sagst, ach, jetzt ziehe ich dir nicht mehr an, jetzt laufe ich einfach ohne Schuhe. Ja, naja, ich musste mir da irgendwas einfallen lassen. Ganz ohne Schuhe ging jetzt auch nicht so direkt. Ich finde es gut, ich finde es auch besser, als zu sagen, der Schuh gefällt mir nicht mehr, ich ziehe ihn nicht mehr an, sondern du ziehst deine Schuhe an, bis sie von selbst zerbrötet. Andererseits bin ich auch froh, dass ich ihn jetzt mal wegwerfen kann, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz im Schuhregal. Ist gut für neue Schuhe. Ich war, ich habe doch beim letzten Podcast erzählt, dass Markus bei uns am Eisstand war. Der Markus Mörl mit, ich gebe Gas, ich will Spaß, den, 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 gib Gas, ich will Spaß. Der hat bei mir Eis gegessen in Magdala vor ein paar Wochen und, das war vor drei Wochen genau, und jetzt ist das tatsächlich passiert, dass letzte Woche dieser Markus, dass ich den wieder gesehen habe, nicht direkt getroffen, aber wieder gesehen, ich war wieder ihm sehr nahe, weil ich nämlich bei der Aufzeichnung der RTL Supernasenshow war, im Admiralspalast in Berlin. Und da ist er aufgetreten, ich dachte, was ist jetzt los, siehst du ihn schon wieder, also da ist er mit seinem, gib Gas, ich will Spaß, Lied aufgetreten, 80er Revival, Thomas Gottschalk war natürlich auch da, Mike Krüger selbstverständlich auch, die beiden Supernasen, moderiert wurde das Ganze von Laura von Tocher, die jetzt nicht direkt die Filme im Kino sehen konnte, weil sie einfach noch viel zu jung ist, ich glaube 1989 ist sie erst geboren. Und ja, wie soll ich sagen, also die beiden Granden, Gottschalk und Krüger, haben ihre Gags abgefeuert, wie sie halt das immer machen, also da ist alles, darauf konnte man sich verlassen. Dann Laura von Tocher hat nicht so ganz reingepasst, wie gesagt, weil sie auch sehr viel Lobhudelei gemacht hat, wenn wir da gewesen wären und sie uns gelobt hätte, dann hätte ich das nachvollziehen können, aber sie hat echt zu viel auf die Kacke gehauen, das war mir ein bisschen zu viel des Guten. Und Oliver Pocher war ja auch da, Chris Thall, die haben sich gut miteinander verstanden und gute Gags geliefert, wobei ich sagen muss, ich war ja dabei, ich muss sagen, RTL hat zwei Gags von Oliver Pocher rausgeschnitten in der Fernsehfassung, die der gegen RTL geschossen hat. Also war ein bisschen frech gegenüber seinem, ja auch Arbeitgeber und das wurde dann nicht gesendet. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass die da nicht drüber stehen, aber naja gut, ist halt passiert. Und ansonsten, zweieinhalb Stunden sitzen ist auch nicht so einfach, wenn man schon so alt ist wie du und ich, aber ich habe durchgehalten und es war letzten Endes doch insgesamt eine schöne Show. Haben sie echt Mühe gegeben, auch mit dem Bühnenbild und so weiter, also es war schon ganz gut, aber halt, naja, ich hätte es nicht auf zweieinhalb Stunden, so lange hätte ich es nicht gemacht. Ich wollte schon sagen, da muss man ja ganz schön viel reinbringen an Sachen. Ja. Was ich aber nicht wusste, ist auch Katja Flint hatte 1982 ihre erste Rolle, ihre erste Schauspielrolle in Piraten-Sender Powerplay. Da haben die einen Ausschnitt gezeigt und ich dachte, guck mal, das ist tatsächlich Katja Flint. Die wurde aber, glaube ich, synchronisiert, also die hat dann auch was gesagt und hat eine ganz andere Stimme dann gehabt. Ja, so war dann mein Kulturerlebnis letzte Woche. Dann hatte ich Besuch von meiner Großcousine Linda aus Neuseeland hier am Eiswagen in Magdala, die mal für zwei Monate mit ihrem Freund George rübergechattet ist, um mal ihre Verwandten und ihre Bekannten und so zu besuchen. Das fand ich toll, weil die ist, die macht, ja, ich sag mal so im weitesten Sinne sowas ähnliches wie ich. Sie hat auch ein Lebensmittel-Truck, ein Food-Truck, wo sie aber kein Eis verkauft. Ich wollte schon sagen, sie hat auch einen Podcast. Ja, nee, das noch nicht, soweit ich weiß noch nicht. Nee, einen Food-Truck haben die da. Ja, mit ihr, also George und sie haben da einen Food-Truck betreut in der letzten Saison und machen sich jetzt vielleicht auch selbstständig im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison. Haben jetzt quasi gelernt, wissen wie es funktioniert, was die Leute essen wollen und was es geben soll und wie das alles organisatorisch läuft. Und ja, genau, die macht da also leckeres Essen, Mittagessen für, was weiß ich, Touristen und alles mögliche. Also jeder, der Bock hat und das läuft gut und das Ganze in Neuseeland, also auch nicht gleich um die Ecke. Und ich war sehr froh, dass sie mich besucht hat. Wir haben uns ja auch lange nicht gesehen und irgendwie muss ich das jetzt noch mit auf die Liste setzen. Ich muss sie natürlich dann auch mal besuchen, weil ich einfach mal kosten will, was sie da so verkauft. Das finde ich gut und du nimmst einfach deinen Eispulver mit und die Ilka? Sie hat mir tatsächlich gesagt, dass es kein Soft-Eis gibt. Ich habe gefragt, habt ihr da auch irgendwie so Soft-Eis-Buden oder so? Nee, überhaupt nicht, hat sie gesagt. Es wäre eine Marktlücke. Also theoretisch wäre das noch eine Option für einen Notfall, wenn es mal hier nicht mehr läuft. Nehme ich alles mit runter. Da verkaufst du Soft-Eis in Neuseeland am Flughafen. Mit einem Cargo-Flieger, irgendwie müssen wir das runter transportieren. Ilka ist schwer, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Mir ist ein, hast du gemerkt, dass die Bienen oder die Wespen, sind es Bienen oder Wespen, immer aggressiver werden jetzt, letzten Tage? Ist dir das aufgefallen? Nee, das Schöne ist einfach, wir haben einen Flughafen, dafür gibt es keine Insekten. Das wird alles mit dem Kerosin sozusagen weggegrillt. Also ich merke das nicht. Dein Ernst, ja? Mein voller Ernst. Ledermäuse, glaube ich, haben wir. Vielleicht fressen die einfach zu viele Bienen und Wespen weg. Aha. Nein, also ich habe keine Wespen. Also mir ist jetzt wirklich was, ich habe wirklich kurz Panik gekriegt, weil mir ist tatsächlich eine Biene in die Hose geflogen. Ich habe doch diesen, diesen, so eine Schürze um, wenn ich alles verkaufe und hatte auch eine kurze Hose noch unter dieser Schürze und da ist, ich habe erst, ich habe sie beobachtet, erst, ich vermute es war eine Wespe, ich will mich jetzt nicht festlegen. Es war mit Sicherheit, mit ziemlicher Sicherheit war es eine Wespe. Erstmal um den Kopf gekreist, linkes Ohr, rechtes Ohr, alles untersucht, Nase und so weiter und ich bin aber ganz vorsichtig und versuche mich nicht druckartig zu bewegen und auch auf keinen Fall draufschlagen. Das soll mir auch nicht, also das macht sie nur noch viel aggressiver. Du meinst, du musst sie ja schützen. Ja, natürlich, ja, ich schicke sie nach Bayern und dann habe ich die beobachtet und ist sie tatsächlich, ich habe nur noch gesehen, wie sie unter meiner Schürze irgendwie da geflogen ist und dann habe ich sie nicht mehr gesehen und ich war voller Panik, dass sie mir in die Hose reinfliegt und ich habe mich dann nicht mehr bewegt und habe dann einfach gewartet. Dann hast du dir gedacht, jetzt machst du ja wirklich nach wochenlanger Hosenstalloffenaktion im Eiswagen, machst du denn endlich zu? Ja, das musste ich dann letzten Endes tun, aber ich wollte erst warten, bis sie wieder rausfliegt. Also ich habe sie, mit anderen Worten, ich habe sie letzten Endes nicht mehr gesehen, sie war dann irgendwie verschwunden, hat mich auch nicht gestochen, hat sich aber unbemerkt davon gemacht. Also ich habe ja genau geguckt, aber ich weiß nicht, wo sie dann letzten Endes hin ist und sie war dann Gott sei Dank weg. Aber ich war kurz in Panik, weil stell dir mal vor, was das hätte anrichten können. Oh, 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 ich brauche noch einen Schluck Eilikör. Das hätten wir wahrscheinlich auch unten von der Tankstelle sehen können, oder? Bei dir, dass dann der Eiswagen sozusagen so wackelt und bebt. Ja, genau. Wäre ich gern dabei gewesen. Das glaube ich dir. Panik. Ich glaube, ich muss doch noch mal eine Kamera installieren, auch für solche Fälle. Was ich noch gemacht habe, weil du das so erzählst, ich habe eine Preisrallye gemacht und zwar habe ich den Tag, ich wollte den Tag herausfinden, wann es am günstigsten ist zum Tanken. Oh, ja, ich weiß es. Wann ist es bei euch am günstigsten? Letzte Woche Donnerstag. Den ganzen Tag? 16 Uhr. 16 Uhr. Nein, 16 Uhr. Das ist aber Hauptverkehrszeit, oder? Und ich habe mich geärgert, weil ich habe genau an diesem Tag nicht getankt. Ich bin an einer Tanke vorbeigefahren und habe gesagt, ach, ist das aber günstig, ich hätte tanken sollen. Und es ist nie wieder so günstig geworden. Das ist wie an der Börse, du darfst da nicht spekulieren. Du musst Aktien immer dann kaufen, wenn du Geld hast und nicht, wenn du denkst, dass sie günstig wären. Du als Kleinanleger. Auf jeden Fall habe ich dann doch meinen Kampfpreis gefunden. Ich meine, in Berliner Verhältnissen, hier kostet ja alles über 2 Euro bei euch noch unter, nehme ich mal an. Ja. Ach, Diesel. Ja, auch. Na, Diesel ist auch 2 Euro jetzt. Na, 2,17,9 heute. Okay, dann Glückwunsch. Also der Feierabendpreis. Ich habe es noch geschafft für 1,99,90 Euro. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Ja. Und habe dann, ich möchte ja in Urlaub fahren, und zwar nach Italien. Ich habe dann festgestellt, shit, da unten ist es nochmal 30 Cent günstiger. Ja, aber bis du da unten bist, ist der Tank leer. Da kannst du unten nochmal voll machen. Du brauchst erstmal Sprit, um da runter zu kommen, oder nicht? Ist es nicht so weit? Ich mache das jetzt. Ich mache jetzt eigentlich den Urlaub, um Energie zu sparen. Also um den Einkaufspreis sozusagen zu minimieren. Du hast eine Einkaufsliste, da steht drauf Diesel und Olivenöl. Willst du auch was Diesel, ein bisschen Benzin aus Italien? Olivenöl steht drauf schon. Italienisch, ja, Roman Flair. Olivenöl. Dann hattest du diese Zitronenbrause. Oh ja, die wurde schon bestellt. Da muss ich mindestens eine Stiege mitbraten. Olivenöl steht ganz oben auf der Liste. Die ich aber auch schon original so im Netto gesehen habe, für die Hälfte von dem, was du bezahlt hast. Das kann ich sagen, weil in Italien ist es locker günstig. Achso, was ich hier mal bezahle, in Deutschland, das kann sein. Nee, du hast sie doch aus Italien mitbraten. Verdürt mir doch nicht meinen Urlaubsspaß, aber du hast keine, bei mir ist nur italienischer Text auf der Dose. Und vor allen Dingen wahrscheinlich nicht mal Pfand. Gucken wir nach, ob die Dosen Pfand haben in Italien. Äh, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, ey. So, ragazzi, warum sollen wir haben eine Dose Pfande? Kannst du brauchen, nicht? Brauche, brauche nicht diese Dose Pfande. Musst du bringen zurück, muss das ist eine sinnlose Kutschererei. Äh, ja, was noch? Nudeln. Nudeln sind teuer geworden. Pasta. Ja, aber Nudeln kriegst du auch bei uns, oder? Ne, meine ich ja, die sind bei uns teurer geworden. Die kosten jetzt auch etwas mehr. Also es war deutlich mehr. Nicht nur etwas. Ist mir noch nicht aufgefallen? Ist dir das schon aufgefallen? Nudeln kosten 89 Cent 500 Gramm, die haben früher 49 Cent gekostet 500 Gramm. Das ist aber auch 100 Prozent dann. Ne, fast. Du hast in der, du warst ja Mathe besser als ich, du müsst doch wissen, was 100 Prozent sind und 80. Ja, okay, sind 80 Prozent, du hast recht. Ja, 80 Prozent ist heutzutage noch okay. Ich meine, ich finde es ja besser, wenn man die Verpackung kleiner macht und der Preis bleibt gleich. Und guck mal bitte nach, wenn du in Italien bist, ob es dort noch Plastiklöffel gibt, wenn man sich ein Eis bestellt. Also wenn du was zum Löffeln brauchst, ob die Plastiklöffel haben oder irgendwas anderes. Weil das würde mich mal interessieren. Ich musste nämlich jetzt neue Löffel bestellen. Und ich hatte bis jetzt noch Plastiklöffel, allerdings schon aus Bioplastik. Aber selbst das gibt es nicht mehr. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Papier oder Holz. Und ich dachte, Moment, Papier, wie soll das gehen? Das löst sich doch auf. Ist das so stabil? Knickt das nicht um? Und dann sagt mir mein Eismogul, nein, er hat es getestet. Er hat so einen Papierlöffel 45 Minuten lang im Mund gelutscht und es ist nicht aufgelöst. Und er war selber total erstaunt. Ich habe dann aber trotzdem Holz bestellt. 10.000 Holzlöffel, die müssen in der nächsten Zeit reichen. Pass auf, dass dir den jemand klaut und verheizt. Ja, das kann passieren. Holzpäller? Holz, um Gottes Willen. Oh Gottes Willen, da hast du recht, die muss ich in den Safe legen. Die sind nämlich tatsächlich billiger als das Papierholz. Habe ich auch nicht verstanden, aber es ist so. Holzlöffel sind deutlich billiger, also wirklich deutlich billiger. Aber schmecken natürlich auch nach Holz. Also wenn man da drauf beißt und so, ist ein bisschen anderes Gefühl im Mund dann, als wenn man einen Plastiklöffel oder einen Plastiklöffel dann hat. Und da müssen die Kunden halt durch. Es gibt kein Plastik mehr. Ist auch gut, ich finde es ja gut so. Und bin sehr gespannt. Die sind auch ein bisschen größer, kann man die Erdbeeren besser löffeln, die es seit heute nicht mehr gibt. Ich habe jetzt Kirschen, weil Erdbeeren sind, Erdbeersaison ist vorbei. Und es gibt aber statt Erdbeeren... Frische Kirschen? Nee, natürlich frische, frische, eingeweckte Kirschen. Und was es auch noch seit heute gibt, spätestens heute Stollen, habe ich gesehen. Die Weihnachtssaison steht vor der Tür. Wie siehst du das? Deine Klicks gehen wieder hoch. Nee, das habe ich noch gar nicht beobachtet. Das weiß ich noch gar nicht. Aber es kann natürlich, ich hoffe, dass das damit einhergeht bei meinem Stollenvideo. Nein, ich habe die erst mal, die Stollen im Laden habe ich gesehen. Also da, wo vorher Erdbeeren waren, liegen jetzt die Stollen schon in verschiedensten Varianten. Sogar ohne Zuckerguss, habe ich auch schon gesehen heute. Und habe aber nicht auf den Preis geguckt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die auch im Preis gestiegen sind. Das nur als kleiner Tipp. Also wer gedacht hat, um Gottes Willen, wir müssen auf unsere Stollen verzichten. Nein, gibt es. Und zwar mindestens seit heute, beziehungsweise wenn man das jetzt am Sonntag hört, seit ein paar Tagen. Kannst du ja mal sagen, ich meine, im August ist das Jahr schon fast vorbei. Ja, es wird auch früher dunkel. Es wird kälter dann. Vielleicht wird es auch mal kälter. Ich weiß gar nicht, ob es kälter wird auch. Aber auf jeden Fall wird es dunkler schon. Und damit du nicht glaubst, dass ich der Einzige bin, der epische Monologe halten kann. Ich hatte tatsächlich jetzt einen Mann aus Hessen bei mir am Eisstand vor ein paar Tagen. Der hat auf hessisch einen langen Monolog gehalten. Also ich stand ihm quasi gegenüber, stand in der Theke und habe gehofft, dass er irgendwie eine Bestellung abgibt. Und dann ging es aber los. So, ich habe jetzt hier noch 5 Euro. Was bekomme ich da bei Ihnen? Sie haben doch Soft-Eis, oder? Was haben Sie denn da so für Sorten? Ach, da steht es ja. Schoko und Vanille. Aha. Kann man das auch mischen? Also Schoko und Vanille zusammen? Ach, da ist ja ein Bild. Ach, dann möchte ich bitte ein kleines Schoko mit Vanille. Und dann noch ein kleines Schoko-Vanille mit Eierlikör. Mit dem zweiten, mit dem Eierlikör können Sie schon noch einen Augenblick warten. Können Sie noch einen Augenblick warten. Meine Frau ist noch auf dem Klo. Das ist aber schön. Ich meine, er hat doch wenigstens alle Fragen selbst beantwortet. Das ist es genau. Er hat alle Fragen, die er sich selber gestellt hat, hat er selber sich auch beantworten können. Also das ist quasi das. Ich meine, letztendlich endlich mal jemand, der sagt, was in seinem Kopf vorgeht. Und ich sage dir, das war nur die Hälfte, weil ich konnte mir nicht alles notieren. Das war nur die Hälfte. Er hat irgendwie doppelt so lange, ich weiß aber nicht mehr, was er da noch so alles gebrabbelt hat. Aber letzten Endes lief es dann darauf hinaus, dass ich mit dem Eierlikör noch warten musste, weil die Frau noch auf dem Klo war. Apropos noch mal einen Schluck vom Klötenkön. Und dann kamen die und dann haben die sich gefreut und haben alles weggeschnabuliert. Ich finde es aber trotzdem gut. Ich meine, du beschwerst dich ja sonst immer über diese Fragen. Und die Leute können dann das Schild nicht lesen. Du musst dann ganz freundlich darauf hinweisen, dass es doch da stände. Ja, so ist es. War auch heute wieder so, ja. Aber ist es nicht schön, dass er einfach sagt, er will erst fragen und die Antwort fällt ihm sofort auf die Füße. Ich wünschte es, es wäre bei allen so oder bei mehreren. Wir müssen ja nicht alle so viel quatschen, aber... Was machst du dann in der Zeit? Putzt du so lange die Eismaschine? Ich putze, ich schneide mir die Fingernägel, ich gehe aufs Klo, ich esse Mittag. Keine Ahnung, also da mache ich verschiedene Sachen, auf die ich sonst lange warten muss. Das finde ich gut, also um das zu überbrücken, weil du musst ja ein bisschen Aufmerksamkeit auch simulieren. Ja, natürlich, ständig, das übt man auch. Nimmst du dann so ein bisschen ja, ja oder machst du denn was? Also ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall mir so einen Notizblock nehmen und werde dann so mitschreiben, so wie man sich so eine Bestellung notiert hat früher. Die Kellner heute tippen die das ja alles in so ein Pad rein, aber früher haben sie ja alles notiert. Und dann notiere ich mir das sozusagen wie eine Bestellung sowas. Und du kannst ja auch, das habe ich festgestellt, wenn du diese Bestellautomaten hast, wenn sie es nicht gut bedienen können, dann darfst du nur bei einem Personali bestellen. Ja. Wenn du einen anderen ansprichst, dann sagt er, tut mir leid, aber ich kann nicht auf ihren Tisch buchen. Ja, das ist die moderne Technik kurz zu Tage. Das kann mir nicht passieren. Ich habe nur eine Theke und eine Maschine und eine Kasse. Und ein analoges Pad. Ein analoges Pad. Das heißt, wie heißt es, der Preis entsteht in deinem Kopf. Ja, genau so ist es. Hast du einen Taschenrechner oder machst du wirklich komplettes Kopfrechnen? Ich habe einen Taschenrechner auch, aber den brauche ich nur, wenn ich größere Gewichte abmessen muss. Wenn jemand einen Eimer voll Eis haben will oder sowas, dann muss ich den ja wiegen und dann muss man rechnen und so weiter. Dann brauche ich den Taschenrechner. Dann hast du nicht nur mehr klein und groß, sondern du hast auch einen Kilopreis sozusagen. Wie im Supermarkt. Richtig. Dann kostet das Kilo, kostet dann 12,70 Euro. Das wird jeden Tag an der Eisbörse neu verhandelt, der Kilopreis vom SoftEis. Wo ist eigentlich die Eisbörse aktuell? In Island. Das stimmt, aber das ist Eis und heiß. Zugleich. Bevor es jetzt ganz absurd wird, es war ein Junge am 14.8. da, der hat bestellt, zweimal SoftEis groß, einmal gemischt und einmal nicht gemischt. Das ist gut, aber du musst dir immer noch nachdenken. Ja, das ist ein Sicker-Gag, ne? Ja, ja, aber die spannende Frage ist, hast du dann einfach gesagt, ja, dann mache ich dir jetzt einmal einen Vanille und einmal einen Schoko? Ich bin gerade am überlegen. Ich habe ihm erstmal das Gemischte gemacht, weil das war für mich relativ klar, was er da will. Beim zweiten habe ich dann gefragt, habe ich dann nochmal nachgefragt. Auf jeden Fall, der hat das ja nicht als Gag gemeint, der hat das einfach so bestellt und wusste in dem Moment nicht so genau, was er sagt. Ich finde das ja auch schön, ich meine, das ist ja so eine Annahme, du musst doch wissen, was er will. Ja, bei einigen sehe ich es an mittlerweile, da sehe ich an, du bist ein Schoko-Typ oder du ein Vanille-Typ oder wenn... Woran erkennt man das? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, das kann man schlecht beschreiben, das ist Intuition. Am Blick? Das ist Intuition. Am funkelnden Blick. Das ist Intuition. Ich hatte, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ich habe ja mal ein paar Notizen gemacht, weil ich hatte tatsächlich, weil du darauf angespielt hast, wo war denn das jetzt hier? Ach ja, eine Frau, die hat bestellt, Achtung, haben sie auch egal. Ich möchte bitte ein kleines Schoko und mein Mann möchte egal. Weil er offenbar vorher gesagt hat, dass es ihm egal ist. Und die hat halt gleich gefragt, haben sie auch egal. Und dann habe ich dann für den Mann ein kleines Schoko-Vanille gemacht und ich glaube, er war ganz zufrieden damit. Also das kommt auch natürlich mal vor. Du hast gesagt, egal gibt es nicht, gehen Sie mal zurück zu Ihrem Mann, dann soll er sich mal richtig entscheiden. Ich will mir dann auch unnötige Diskussionen ersparen und deswegen bin ich dann relativ... Ja, aber hat sie das ernst gemeint oder war es ein Gag von ihrer Seite? Nee, es war ernst. Also egal heißt aber, dass du machen kannst, was du willst. Ich konnte das geben, was ich wollte. Ich hätte jetzt an deiner Stelle das teuerste, was du hast, verkauft. Naja, nee, es sollte schon... Also die Größe war schon klar. Also die Größe hat sie, glaube ich, gesagt, aber eben nicht, was rein soll in die Tüte. Ein bisschen Topping dazu. Ja, nee, nee, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Oder kommt manchmal sowas wie bei dir jetzt zum Beispiel. Mir ist egal, aber kein Schoko. Ja, genau. Das ist auch wieder relativ schwierig dann, wenn man nur zwei Sorten hat. Eine Mama mit einem kleinen Jungen. Stell dir das vor, Mama mit kleinem Jungen. Beide bestellen jeweils ein kleines Vanilleeis. Die Mama schlägt zuerst und sagt dann, Mann, ist das kalt. Aber das hat sie gesagt, aber das, was sie gesagt hat, das Wort kalt, das klang wie das Wort geil. Und ich habe auch erst geil verstanden. Ja, und dann sagt der kleine Junge, der wiederholt dann geil statt kalt. Daraufhin sagt die Mutter, nein, kalt, nicht geil. Sowas sagt man doch nicht. Und ich habe aber auch, der hat das Gleiche verstanden wie ich. Ja, der hat auch verstanden, ich habe geil verstanden. Er hat geil verstanden. Sie hat aber behauptet, dass sie kalt gesagt hätte. Und das musste ich dann so hinnehmen und hat dann ihren Jungen zurecht gestutzt und war auch amüsiert. Das ist die Sommerhitze. Manchmal ist es so, dass Erwachsene gar nicht mehr feststellen, was sie gerade gesagt haben. Du meinst, sie hat tatsächlich geil gesagt und glaubt, sie hätte kalt gesagt. Vielleicht auch das. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr amüsante Zurechtstutzung. War selbst über sich überrascht. Ja, sie war. Weil das hätte auch gepasst. Also sagen auch viele, dass es geil schmeckt. Ich weiß ja, dass es so ist. Ich finde, das ist, ich glaube, für unsere Generation ist es vielleicht noch ein bisschen grenzwertig, aber für die Jüngeren nicht mehr. Das ist ganz normal. Das ist einfach ein lobendes Wort. Genau, also die Mutter hat da wahrscheinlich in eine ganz falsche Richtung gedacht und hat aber ihrem Sohn verbieten wollen, dass es Wort laut, weil es hat er auch laut gesagt. Das haben dann die anderen halt auch mitgehört. Das wollte sie oft mal nicht so. Das hatten wir ja schon mal in der Diskussion. Ich meine, es ist ja wie nice und nice am nicesten. Das kann man ja auch wunderbar schön steigern. Ist ja auch neu. Ja, und irritiert dich vielleicht als älterer Mensch. Ich hatte zum ersten Mal jemanden, der nicht bar bezahlt hat. Jetzt darfst du raten, wie hat er dann bezahlt? Per PayPal. Richtig. Weil du hast ja sonst nichts. Nee, er hat ja nichts. Das geht ja auch nicht. Also Erdbeerbecher wollte er haben, 5 Euro. Und da hat er gesagt, naja, okay, ich habe jetzt kein Bargeld. Können wir irgendwie per PayPal bezahlen? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Aber erst mal war ich überrumpelt. Ja, ich wusste jetzt erst mal nicht, ob das geht. Aber natürlich geht es, weil ich habe dann sozusagen aus meinem, wie habe ich das gelöst? Achtung Finanzamt, bitte zuhören jetzt. Ich habe aus dem Privatportmonet 5 Euro genommen und habe die dann in die Kasse gelegt. Weil ich das Geld ja auf mein Privatkonto überwiesen kriege. Also irgendwie so, dass es quasi richtig ist und rechtlich okay ist. Aber irgendwie, ja, ich möchte es nicht bei jedem Kunden machen, weil das dann auch doof. Übrigens waren es nicht 5 Dollar, sondern, äh Quatsch, nicht 5 Euro, sondern 4,91 Dollar hat er mir dann gesendet. Die wurden dann in Euro umgerechnet. Also würde irgendwie... Wieso, aber er kann doch Euro eingeben in einer anderen... Wusste er offenbar nicht, wie das geht. Auf jeden Fall wurde das in Dollar geschickt und dann in Euro ist es dann angekommen. Also es ist total Wahnsinn, wie das heutzutage funktioniert mit diesen modernen Sachen. Und es geht dort in Echtzeit, ne? Ja. Man muss schon bewundern, wenn wir sagen, ja, das hat schon was. Es ist schon interessant, wie das alles so läuft. Ich hatte einen japanischen Vater bei mir, der sich auf Englisch erkundet... Du hast einen japanischen Vater. ...bei mir am Imbiss stand, am Eis stand. Der hat sich erkundigt, ob es am Imbiss sowas wie Hamburger oder Hotdogs gäbe. Und ich habe dann mit meinem Schulenglisch, das mir noch so in Erinnerung war, umrissen, was es so gibt. Und hier habe ich halt gesagt, ja, famous Thuringian grilled sausages, but also chicken nuggets and french fries. Und dann habe ich gesagt, oh, thank you, that's good for the children. We will come to you later and have some ice cream. Und ich kam dann tatsächlich später zurück, also Mann, Frau und zwei Kinder, und habe dann dreimal normal, einmal Schoko, einmal Vanille und einmal Schoko, Vanille bestellt. Und ich war stolz wie Bolle, dass ich da so toll Englisch mit dem sprechen konnte. Das finde ich toll. Jetzt, wo du es mir sagst, ich habe jetzt, glaube ich, auch zwei. Ich weiß nicht, ob es Japaner waren, aber auf jeden Fall asiatischer... Asiatischer Look, die haben mich auch gefragt in Erding, als ich da spazieren gegangen bin, wo denn der Stadtpark wäre, dieser famous Stadtpark von Erding. Was ich nicht verstanden habe, weil die hatten ein Handy dabei und wahrscheinlich sogar auch ihre Maps auf, so ungefähr, ihre Karte. Aber kein Empfang. Die waren eigentlich nur 300 Meter vom Park entfernt, wo es denn hingehen würde. Aber es ist schön, ja, dann kannst du dich mit denen auf Englisch unterhalten, einen kurzen Weg weisen. Und das macht einen dann schon ein bisschen stolz wie Bolle. Du hast vollkommen... Wenn man es kann, ne? Dass wir das können. Wenn man es kann. Und man muss sich trauen, man muss sich ja nicht mehr können. Man kann ja auch mit Händen und Füßen kommunizieren. Ja, ja, ja. Na, im Notfall, na klar, ja. Aber ich war froh, dass die sich da überhaupt angestellt haben an die Schlange vom Imbiss, weil die war auch wieder relativ lang, so wie jeden Tag. Und weil ich wusste, die wollten erst mal wissen, was es gibt. Lohnt es sich überhaupt, sich anzustellen? Und dann haben sie sich aber doch angestellt, haben gegessen, kam dann irgendwie eine halbe Stunde später irgendwie wieder raus. Also wusste ich, dass sie tatsächlich auch was gegessen haben. Und ja, hat gut funktioniert und hat mich gefreut, dass ich ihnen helfen konnte. Dann hatte ich einen, das war vorgestern erst, einen Mann da, der hat auf seinem Handy minutenlang gescrollt, um ihm ein Foto zu zeigen von Udo Lindenbergs goldfarbenem Trabi, die er, also das Foto hat er 2016 in einer Tiefgarage vom Hamburger Hotel Atlantik geschossen, wo Udo Lindenberg ja bekanntlich wohnt, schon seit vielen, vielen Jahren. Und auf diesem Trabi war, das war ein Porträt von Udo gezeichnet und der Spruch, keine Panik. Und es war tatsächlich ein Trabant, der golden geglänzt hat. Er steht da in der Tiefgarage, zumindest stand er vor fünf Jahren noch dort. Und die Typen, die da eben bei mir Eis gegessen haben, die haben das fotografiert. Die waren da im Hotel oder keine Ahnung, da hat er viel erzählt. Und ich habe ja diesen Udo Becher mit Eierlikör. Wird also ständig darauf angesprochen, auf Udo Lindenberg. Und ich muss immer sagen, nein, er war leider noch nicht hier. Ich war schon bei ihm, aber er war noch nicht hier, hat noch kein Eis gegessen. Und wir warten immer noch drauf, dass er mal vorbeifährt. Achso, und wenigstens jetzt endlich mal eingeladen? Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn noch nicht eingeladen habe. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, ich muss ihn vielleicht mal einladen. Das wäre vielleicht eine Idee. Offiziell jetzt hier über den Podcast. Udo, wenn du mal in der Nähe bist, auf der A4 zwischen Sachsen und Hessen, komm einfach mal vorbei am Imbisshase. Und vor allen Dingen, jetzt ist noch ein Monat Eissaison, dann erst wieder ab Mai. Also versuch es mal noch einzurichten, wenn nicht. Aber nächstes Jahr sind wir wieder da und dann ist auch nicht schlimm, wenn du da noch dabei kommst. Aber auch dann dazwischen wird es kalt. Das ist das Schöne. Dazwischen gibt es kein Eis. Da bin ich nicht da, dann ist es mir egal. Er muss schon kommen, wenn ich da bin, sonst bringt es ja nichts. Das kann er seinen Udo-Becher nicht essen. Dann muss er seinen Udo-Becher essen. Ja, nicht, dass er dann mit deinem erhobenen Finger auf deinen Becher geht und sagt, hey, darfst du das überhaupt deinen Becher Udo-Becher nennen? Aber ich glaube, es gibt ja auch mehrere Udo, du sagst, der ist nur zufällig, hat ja was mit Udo Lindenberg zu tun, könnte ja auch dein Cousin sein. Also so wie ich Udo kenne und ich kenne Udo nun schon seit vielen Jahren ziemlich gut, hat er da nichts dagegen. Und vielleicht wird er dann sogar offiziell das Eis noch mit in sein Merchandising-Programm mit aufnehmen. Wahnsinn. Und das hast du jetzt alles erlebt in dieser kurzen Zeit. Wir haben doch quasi gestern erst miteinander... Na, wenn du ganz, wenn du ganz, wenn du ganz genau sein willst. Also eine Sache habe ich noch, Bestellung der Woche war von einem Mann, ich hätte gerne einmal für zwei Euro halb und halb vom Soft, bitte. Ich hätte gerne einmal für zwei Euro halb und halb vom Soft, bitte. Aber das ist doch schön, das ist doch wie an der Fleischtheke. Ja, jetzt wurde, ich habe lange überlegt, was ist das? Ist das besonders, besonders adlige Sprache oder so besonders feine? Nein, das ist Metzgertekensprech. Das ist Metzgertekensprech. Ich hätte gerne einmal für zwei Euro halb und halb vom Soft, ja vom Schwein, ne? Nee, halb und halb vom Hack. Halb und halb vom Hack. Stimmt, Rind und Schwein. Rind und Schwein, ja genau. Ach, da kommt das her. Siehst du mal, jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich das verstanden. Aber für zwei Euro ist es natürlich billiger als Hack im Moment. Und auch besser für die Umweltbilanz, muss ich mal sagen, glaube ich, vom Soft. Das stimmt, dein CO2-Abdruck ist vielleicht ein bisschen besser, aber du verbrauchst ja auch relativ viel Energie. Ja, das macht die Ilka, die Stroh. Die Ilka ist ja hungrig. Die Ilka ist Verbrauch für Energie. Ich habe es noch nicht zu Ende gerechnet. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Bilanz gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall ist es eislecker und das reicht erst mal. Erinnerst du dich? Das ist gut. Ich meine, du machst vor allem den Kindern glücklich. Und Erwachsene ebenso. Und Erwachsene ebenso. Es sind hauptsächlich Erwachsene, die dann ihre Kinder vorschicken, aber es sind... Ist das wirklich so heutzutage? Ja, ja. Schickt man die Kinder vor? Ich hatte heute tatsächlich, was war es, ein kleines Mädchen, das hatte sich erst ein Eis, also zwei Eis geholt, einmal für jemand anderen und für sich selber. Und dann kam sie nochmal, hatte das Eis noch in der Hand und ich dachte, die habe ich doch gerade schon ein Eis gegeben. Und dann hat sie mir das Geld entgegengestreckt. Und wenn Kinder einem Geld entgegen strecken, dann weiß man, das ist ein Angebot, das man nicht ablehnen sollte. Da muss man noch ein Eis rausrücken, da ist alles in Ordnung. Und die wollte dann noch ein Eis holen und ist dann mit dem zweiten Eis wieder weggelaufen. Ich weiß nicht, so einem Erziehungsberechtigten vermutlich. Also ein Laufbursche, Mädel. Ein Laufmater. Ein Laufmater. Lauf dir. Du warst ja zum Haareschneiden, ne, vor ein paar Wochen bei Biggie auf Mallorca. Der Tobi. Der erste Kunde heute ist Fan von Biggie. Sowohl von der Sängerin als auch der Friseurin. Tobi kommt seit vielen Jahren nach Mallorca. Auch für einen Haarschnitt und für Klatsch und Inseltratsch. Ja, ich habe festgestellt, ich muss mal wieder, weil es wird langsam eine lange Urlaubsmatte. Oh. Siehst du zum Glück nicht. Deswegen habe ich auch extra die Kamera deaktiviert. Ja. Also es wird Zeit. Aber wie wäre es, wenn du das in Italien schneiden lässt? Das ist doch, wie heißen die Figaro? Ne, wie heißen die in Italien? Doch, Figaro. Das ist doch italienisch, oder? Diese Oper? Ja. Der Figaro? Ja, ja. Dann geh doch einfach mal in Italien zum Friseur, weil so schnell kommst du auch nicht wieder dazu. Vielleicht machen die es ja besonders gut oder besonders schlecht. Und dann kannst du was erzählen. Die nehmen doch immer so viel Pomade, die Italiener. Ja, da sagst du, no Pomade. No, no, no. No Pomade. Das ist ja rübergeschwappt, ja. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen aktuell wieder in. Ja. Ja. Erstens die Bärte sozusagen zu kämmen und zu ölen und auch die Haare wieder zu pom... Was sagt man da? Pomieren. Pomieren. Pomadieren. Matig machen. Ich weiß nicht. Matig machen. Ja. Fällt dir bestimmt auch auf, oder? Gerade in Berlin. Ne, ich gehe nicht raus in Berlin. Ich bin nur in meiner Wohnung. Ich bin in meiner Wohnung und setze mich in ein Flugzeug und fliege nach Magdala und dann bin ich wieder in meiner Wohnung. Es ist immer hin und her. Das ist schon vernünftig, ja. Ich meine, sie fragt sich nur, was du dann in Berlin eigentlich überhaupt noch machst. Na, die gucken, ob die Wohnung noch da ist, Briefkasten leeren, da kommen immer interessante Sachen, kommen wir nachher noch dazu und mich mit den Nachbarn treffen und sagen, guck mal, hallo, wie geht's euch? Gießt ihr noch die Blumen? Wie läuft's? Ja, sowas machen wir. Habt ihr eigentlich noch diesen kleinen Garten hinterm Haus? Du hast doch mal von diesem Projekt erzählt. Das ist schon lange her, ja. Dass ihr, glaube ich, ihr habt doch sogar so eine Art Gemüsegarten angelegt. Wir haben einen Gemeinschaftsgarten, ja. Da kann jeder anlegen, was er möchte. Es gibt da so ein bisschen eine Aufsicht, damit nichts durcheinander kommt. Aber grundsätzlich, ich habe ja auch Rhabarber in dem Garten und ja, da gibt's, Gemüse ist jetzt nicht wirklich viel. Das sind so Kräuter, ne, also so Kräuter und so ein paar Sachen. Aber vielleicht wird's in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr, weil die Preise von Gemüse ja auch recht hoch sind und da kann man das Beste, was man machen kann, ist ja selber sich Gemüse anbauen. Stimmt, bei mir wächst zum Beispiel eine Paprika und ich habe die noch nicht mal gepflanzt. Die wächst einfach so, weil es der gefällt. Weil sie es kann. Also die kam einfach, es kam auch eine Kartoffel bei mir aus meinem Kasten, aber die ist mir dann zu groß geworden, die habe ich wieder entfernt. Ich weiß auch gar nicht, wie eine Kartoffel sozusagen in meinen Balkonkasten hineinkommen könnte. Also ich vermute eher, dass es gar nicht die Kartoffel war, sondern nur noch so ein paar Reste von der Kartoffel. Aber es reicht, um eine neue Kartoffel rauszukriegen. Es reicht. Aber du hast vielleicht noch gute Erde, oder? Ja, ich habe einfach meine so Komposterde, habe ich halt genommen. Im letzten Jahr habe ich ja so ein großes Projekt gemacht. Ich habe selber kompostiert auf meinem Balkon, habe ich glaube ich dir und euch, Leber, schon erzählt. Und ich habe noch ein paar Resterde gehabt für dieses Jahr und da war wahrscheinlich noch Paprika drin. Und die kam raus. Das ist ja toll, du hast ja Schätze in deiner Erde, die man nicht sieht und dann, das ist ja toll, oder? Überraschung. Aber die kam zu spät raus, die hätte ein bisschen eher rauskommen können. Die kam glaube ich erst Mitte, Mitte, Ende Mai raus. Die ist jetzt knapp einen Meter hoch, diese Paprikapflanze und hat jetzt auch schon die erste Paprika dran. Andere, die Paprikapflanzen haben, die sind jetzt schon durch mit der Ernte. Also das ist so ein bisschen so ein Spätzünder. Aber Paprika, kann man doch immer essen Paprika. Also ich hätte ja kein Problem damit, egal wann. Paprika ist super. Du musst halt nur jemand gießen. Also das ist das Einzige. So eine Paprika gießt du ja nicht von alleine. Naja, das ist ja wohl hinkriegen. Oder schickst eins von deinen zahlreichen Kindern mal hin zum Gießen, machst einen Gießplan und heute du, morgen du und dann geht das die ganze Woche durch. Wie viel hast du? Sieben? Reicht das? Hast du sieben Kinder? Ich glaube nicht. Warte mal, wie viele Finger habe ich? Nicht Finger, Kinder. Also, ja, ja, zehn. Sag ich doch. Da ist dann Schluss. Okay. Ich kann ja nicht mehr zählen. Ach so. Ich habe jetzt auch angefangen, die eher zu nummerieren. Die Kinder. Das merkt sich dann leichter. Eins bis zehn. Als Name. Ja, das ist gut. Gab es ja nicht bei El Bandi ein Kind, das sieben hieß. Warum? Warum hieß das eigentlich sieben? Ist mir noch in Erinnerung geblieben. Hat auch keinen Namen. Da hieß er einfach sieben. Ich war beim Friseur, im Gegensatz zu dir. Man sieht es. Jetzt, wo ich genau hinschaue. Schau mal genau hin. Ja, und rat mal, wie lang die Seite ist. Wie lang hier die Seiten sind? Drei, würde ich sagen. Nein, sechs. Sechs? Ja, ja. Es sind jetzt, mittlerweile sind es schon wieder sechseinhalb. Ja, es ist ja schon wieder gewachsen ein bisschen. Aber es waren eigentlich sechs Millimeter bestellt und die habe ich, glaube ich, auch gekriegt. Und ich habe diesmal mal genau hingehört. Sonst gucke ich immer nur. Diesmal habe ich hingehört und es läuft bei meinem Barbier, läuft orientalische Endlosmusik. Also so eine Endlosschleife. Oder sagen wir so, das Lied, das geht nahtlos in ein anderes Lied über. Oder es hat also kein Ende, das ist so orientalisch. Ja, die singt da und hört aber nicht mehr auf. Und aber zwischen, also es gab dann mitten in diesem Lied einen Cut, einen Schnitt, wie mit der Kettensäge, also einen richtig harten Schnitt mitten im Lied. Und da kam dann ein Werbespot auf Deutsch für, ich weiß nicht was, ich glaube es war eine Versicherung irgendwas, also irgendwie hat dann so Deutsch jemand eine Werbung gesprochen, ein Werbespot. Und dann ging es an der Stelle weiter mit dem Lied, wo es unterbrochen wurde. Also so ganz komisch, wie so eine Kaufhausmusik. Aber die ist ja da noch ein bisschen, die macht ja irgendwie mehr Sinn. Also da ist ja dann... Ja ist toll, aber vielleicht haben die einfach dort eine andere Liedlänge, ja. Nicht drei Minuten, sondern 13 Stunden. Ja, aber wer macht, also was ist das für ein Programm? Also das mitten im Lied, einfach ein harter Schnitt, dann kommt ein Werbespot auf Deutsch, dann geht es weiter mit diesem orientalischen Song. Du wohnst in Berlin, es gibt doch alles, hätte ich gedacht, in der Großstadt. Ja, ist ja so, hat ja niemand bestritten. Also welche Musik läuft denn bei deinem Friseur? Hatte das gut. Ich buche ja immer mittlerweile eine Massage mit dazu. Und nur da läuft, glaube ich, Musik und dann kommt da Entspannungsmusik. Habe ich auch noch gar nicht richtig drauf geachtet. Also wahrscheinlich auch so ein endlos Ding. Aber du musst mal darauf achten, wenn da eine Werbeunterbrechung kommt, für welche Versicherungen die dort Werbung machen. Das ist gut, das mache ich. Und hör auch hin, wenn du auf der Straße Typen begegnest, die scheinbar mit sich selber reden, weil das ist mir jetzt vor ein paar Tagen passiert. Da war so ein Typ, der hatte, das habe ich aber relativ zeitig noch gesehen, der hat ein Headset aufgehabt, also hat sich per Handy mit jemandem unterhalten. Die sehe ich nur noch, also hier laufen alle nur noch mit Headset rum. Ich glaube, man kommuniziert irgendwann mal nur noch über Headset. Aber der hat ja richtig laut mit jemandem gestritten, offenbar. Und er hat gesagt, ich kriege nichts zu essen, Alter, und du bist pissig, weil du kein Kuss gekriegt hast. Ich dachte, das wäre in Berlin eine normale Konversation. Ist es auch, offenbar. Aber ich gehe ja, wie gesagt, nicht oft raus. Und jetzt bin ich mal rausgegangen und dann habe ich diesen Spruch gehört. Ich kriege nichts zu essen, Alter, und du bist pissig, weil du keinen Kuss gekriegt hast. Worum? Wäre ich auch, Mario. Worum könnte es in diesem Streit gegangen sein? Ja, aber wir küssen uns doch ständig. Wieso bist du dann pissig? Worum könnte es in diesem Streit gegangen sein? Ich habe keine Ahnung. Das hast du doch schon gesagt. Ja, es ging ums Essen. Ja, es war halt noch nicht fertig, als ich heimgekommen bin. Du machst die Tür auf und erwartest das Essen schon fertig. Auf dem Tisch, ja. Ja. Pantoffeln in der Hand. Ja. Bier steht schon quasi noch im Kühlschrank. Wichtig. Ja. Darf man nicht auf dem Tisch stehen. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann. Dann hätte ich aber wahrscheinlich auch keinen Bock, da noch einen Kuss zu verteilen, wenn schon kein Essen da ist. Das ist ja wohl die Grundvoraussetzung dafür. Richtig. Und deswegen haben die sich am Handy, am Headset gestritten. Ja gut, das muss man erst mal einordnen. So als hilfloser Passant. Man wird quasi angeschrien, aber man ist gar nicht gemeint. Ja, also ich dachte irgendwie, ich bin gemeint. Aber ich habe ja niemandem einen Kuss versprochen. Zumindest nicht auf der Straße. Und schon gar kein Mann. Und man hat dem auch kein Essen verweigert. Ich habe ihm auch kein Essen verweigert. Ja genau, von mir hätte er was gekriegt. Ich hätte was gekocht. Aber nein, er hat sich ja nicht bei mir gemeldet. Der alte Sack. Ich finde das gut. Aber wir haben ja auch Nachbarn, die reden einfach so mit sich selbst. Das finde ich irgendwie sehr witzig. Ohne Headset. Oder mit Tieren. Ja, mit Katzen. Okay. Lernst du dich ja besser kennen. Mit Hunden. Ich habe heute Morgen eine ältere Frau begrüßt. Ja. Und die habe ich gesagt, ah man sieht sie immer mit Hund. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist nicht meiner. Das ist der von meiner Schwester. Ja, okay. Aber sie hatten doch so. Ja, sonst hatte ich einen schwarzen Hund. Das ist der von der Nachbarin. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Ja, mein Hund ist gerade daheim. Aber mit dem gehe ich auch noch gleich mal raus. Also es war sozusagen eine Hundemama-Nanny. Okay. Aber die kann nicht alle Hunde gleichzeitig mitnehmen? Oder brauche ich da seine Extratour? Das hat sie mir nicht erzählt. Und ich habe dem Tag zuvor, also vorgestern, habe ich in unserem Stadtpark eine Frau angesprochen, weil der Hund nicht angeleint war und weggerannt war. Da dachte ich, oh, was macht er? Ja, ja, das ist ein halber Jagdhund. Der sucht jetzt Enten oder stöbert irgendwelche kleinen Nager auf im Stadtpark. Kleine Kinder, ja. Ja, kleine Kinder, die dann noch spielen, stöbert er auf. Ja. Und jagt sie wieder zu ihren Eltern. Okay. Der will niemanden, der tut nichts Böses. Ja, das ist schön. Aber wenn die das nicht wissen, mit denen er nichts Böses tut, dann ist er auch wieder ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Spannend. Und dann habe ich mich gefragt, was passiert denn eigentlich? In Berlin macht sich ja da keiner den Kopf. Aber wenn dein Hund Durchfall hat, wie kriegst du den dann weg? Wie weg? Den Hund oder den Durchfall? Beides. Natürlich den Durchfall. Du hast doch so deinen Hundebeutel. Ja. Hast du dann mit der Schaufel noch kommen und schaufelst den dann sozusagen, löffelst den dann sozusagen rein in die Tüte? Also wenn der Hund Durchfall hat, ich muss mal Nachbarn fragen, die einen Hund haben, weil ich selber weiß es nicht. Ich könnte mir dann vorstellen, dass man den kompletten Hund in eine Tüte steckt, weil dann ist es einfacher. Dann hat man den Durchfall dann gleich mit in der Tüte drin. Aber vielleicht. Das wäre die Idee. Hinten kommen die Beutel einfach dran an den Hund. Wie bei einem Staubsauger. So mit einer speziellen Vorrichtung. Und mit so einer Füllstandsanzeige, mit so einer Fahne. Die geht dann hoch, wenn es voll ist. Genau. Ja. Genau so. Vielleicht kann man das mit einem Gummi oder so lösen. Da kann man auch Werbung drauf machen. Zum Beispiel eine Schildkröte. Warte mal, nächste Woche startet die neue Staffel von Die Hülle der Löwen. Da hätte ich eine Idee. Der Durchfall-Sack für den Hund. Oder wir brauchen noch einen schmissigen Begriff irgendwie. Irgendwie Sack24 oder irgendwie sowas. Irgendwas, was wie so ein Start-up klingt. Oh, Hundemarkt ist riesig. Ralf Dümmel, ich sehe uns schon in jedem Baumarkt, in jedem Supermarkt, überall. Das kannst du überall platzieren. Das kriegt das. Oh, das funktioniert super. Das machen wir. Wir müssen nur noch den Deal unter uns ausmachen. Wie viel Prozent und so weiter. Wir können ja 50-50 machen. Das Schöne ist ja, die Idee kommt von mir. Und du machst dann das operativer. Also 50-50 ist okay. Okay. Ja. Und dann müssen wir überlegen, wo wir es produzieren lassen. Ob in Shenzhen oder vielleicht doch eher in Erding. Also Lieferwege. Ich finde dort, wo es mehr Wasser gibt. Also Shenzhen sieht gut aus. Aber ich habe gehört, China hat auch gerade große Wasserprobleme. Das stimmt, aber die achten noch nicht so auf die Umwelt. Hier muss man ein bisschen aufhören. Ach stimmt. Hier kriegt man wieder die Beutel her. Okay. Also doch, China. Ja, gut. Gut. Ich habe mir das mal notiert. Ich werde gleich mal bei Vox anrufen und uns mal einladen. Und dann präsentieren wir die Durchfalltüte für den Hund. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Finde ich auch. Wie spät ist denn eigentlich? Oh, ein Vergleich. 18.35 Uhr. Oh, Mario. Heute klopft es mal bei mir, glaube ich. Ach, das ist die Schublade. Weil ich habe ja vorhin diesen Adapter nicht gefunden. Ich glaube, da hat sie sich jetzt eingeschlichen. Ich lasse mal raus. Ah. Wer schwamm im Hollywood-Klassiker der dritte Fisch durch die Kanalisation von Wien? Na? Aus dem Wels. Wer kennt sich am besten mit Blumen aus? Der Strebergärtner. Wovon leben Eichhörnchen im Winter? Na? Von ihren Erspornüssen. Bis bald. Ha, 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 ha. Ja, wir beide, Tobias und ich, wir haben ja den Drehort von der dritte Fisch mal besichtigt. Erinnerst du dich noch? Ich erinnere mich, das ist lange her. Und es ging los in einer, wie kann man das sagen, Litfaßsäule, glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war so eine klassische, ja, es war, glaube ich, eine Litfaßsäule. So eine Größe. Ich würde auch sagen, wir haben Fackeln dabei gehabt. Um die Ratten zu vertreiben. Um die Ratten zu vertreiben. Aber das durfte man damals noch. Ich glaube, diese Umzüge oder diese Führung gibt es gar nicht mehr, oder? Ja, das ist tatsächlich seit mehreren Jahren. Also wir waren, glaube ich, 2000 waren wir dort oder 2002 oder so. Ich habe das zu Hause. Das ist, ach ja, 20 Jahre her, um Gottes Willen. Ja, Pfingsten war das. Und das war sehr schön. Also man muss kurz das zu der Litfaßsäule erklären. Also es gab, es gibt Eingänge zur Kanalisation von Wien. Die sind halt ein bisschen getarnt. Ja, da ist halt im Erdboden so eine Klappe, so eine Metallklappe. Und auf der Klappe steht dann entweder eine Litfaßsäule oder ein Kiosk, ja, so ein Zeitungskiosk oder sowas. Und darüber kann man dann da rein. Und unser Mensch, der uns da rumgeführt hat, der Peter Riebortz übrigens, der existiert auch noch, der macht auch noch jetzt andere verrückte Sachen, der vom Verein Berliner Unterwelten, der haben uns dann Fackeln gegeben und dann haben wir so eine Tour gemacht und haben uns diesen Drehort von der dritte Fisch, einige sagen, kennen das ja vielleicht auch noch als der dritte Mann von damals, mal gezeigt. Und wir sind dann durch die Kanalisation von Wien und haben die Ratten mit der Fackel vertrieben und mit Krach, glaube ich. Wir mussten auch, wir hatten auch so einen Typen mit einer Trommel dabei. Jedenfalls war das schon sehr ungewöhnlich, diese Führung. Und das Schöne ist, dass wir wirklich wieder raus hätten gemusst, wenn es geregnet hätte. Ja, das stimmt. Genau, das ist ja so ein Gewölbe und das füllt sich dann sehr, 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 sehr schnell mit dem Abwasser, was von oben durch die Gullis dann nach unten dringt. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber ich weiß auch jetzt nicht, aus welchem Grund, ob das jetzt der Grund war, warum die Stadt Wien dann irgendwann gesagt hat, wir machen diese Tour oder wir dürfen die Tour nicht mehr veranstalten oder das darf nicht mehr gemacht werden. Also es ist leider nicht mehr möglich. Ich bin froh, dass wir das noch machen durften damals. Schön war es, ja. Wir kommen zur Hörerpost. Die Post ist da. Mario. Ja, Tobiasch. Wir haben einen Fax bekommen. Und zwar haben wir einen Fax bekommen von Tina aus Tocquede. Ach, okay. Und Tina schreibt, hallo Tobi, hallo Mario. Beim letzten Tour war Podcast. Habt ihr so lange überzogen, dass mir beim Hören in der Badewanne die Finger ganz hutzelig geworden sind. Bitte macht heute nicht so lang. Oh ja, liebe Tina, danke für deine Anregung. Also wir geben uns Mühe, wir hängen jetzt mittlerweile sieben Minuten, aber das ist ja noch gar nichts. Also wir sind noch einigermaßen im Rahmen und wir empfehlen dir aber auch gerne, dass du deine Hände vor und nach dem Baden mit Yeti-Ketchup eincremst, denn das beugt Falten vor und gibt auch einen guten Teint. Also Tina, Yeti-Ketchup für die Hände. Und es hilft auch vor Sonnenbrand, weil es simuliert den und dann gehst du automatisch aus der Sonne heraus, weil dich alle Leute ganz kurios anschauen. Genau, wenn du rot bist im Gesicht, dann, wobei Yeti-Ketchup ist ja, wie alle unsere Höris wissen, nicht rot, sondern weiß. Aber das nur am Rande, es funktioniert trotzdem. Und ich habe eine Postwurfsendung im Briefkasten gehabt, ein Flyer von dieser Buchhandlung, von Thalia heißen die, glaube ich. Gibt natürlich noch andere Buchhandlungen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Hugendubel, genau. Also Thalia, die haben auf dieser Postwurfsendung stand drauf, an alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Das ist gut, das hast du dann sozusagen genommen und hast es gleich wieder den Nachbarn gegeben. Ja, ne, ich habe es erst mal erschrocken an mich genommen. Wieso ist das in meinem Briefkasten? Also weiß Thalia irgendwas, was ich nicht weiß? Habe ich schulpflichtige Kinder? Heutzutage kann man davon ausgehen. Da kommt demnächst vielleicht noch Post mit Unterhaltsforderungen. Also ich weiß von keinen Kindern. Ich wüsste es natürlich gerne. Also bitte, falls ihr uns hört, liebe Flyer-Verteiler von Thalia, was ist da los? Was habe ich verpasst? Wieso kriege ich Post für alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern? Das wüsste ich ganz gerne. Viel spannender. Was waren drin? Achso, es ging um den Schulstart. Hier Büroartikel und so Schulempfänger-Sachen und so Blöcke und... Auch die, habe ich jetzt schon gehört, sind teurer geworden. Ja, wundert mich ja nicht. Papier ist auch aus Holz. Also das ist alles mit dabei. Wird alles teurer. Aber du musstest jetzt dieses Jahr niemanden einschulen lassen. Bei dir sind alle schon in der Schule drin. Oder habe ich irgendwas verpasst? Alle drin. Alle drin im System. Ja, gut. Gott sei Dank. Hast du das eigentlich hinter dir dann? Gott sei Dank. Wer nicht weiß, wie man uns abonnieren kann, es ist relativ einfach. Ich habe einen Anruf gekriegt, dieses Mal vom ZDF-Morgen-Magazin. Die haben mich angerufen, die Redaktion, und wollte wissen, ob ich eine Kaffeetasse gebrauchen kann, eine MoMA-Tasse. Und sie wollten wissen, wie sie den Tova-Podcast abonnieren können. Da habe ich gesagt, naja, Tasse brauche ich nicht. Ich habe noch alle Tassen im Schrank. Aber wenn ihr wissen wollt, wie man den Tova-Podcast abonniert, ihr installiert einfach eine Podcast-App auf eurem Mobiltelefon. Und dann sucht ihr nach Tova-Podcast und klickt dann auf Abonnieren beziehungsweise auf Folgen. Richtig, Mario, das hast du gut gemacht. Und das geht bei Apple-Podcast, Spotify, Google-Podcast, AudioNow und so weiter. Aber bitte, 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 das gilt auch für euch. Ihr könnt es sogar auf eure Kaffeetasse eingravieren. Gebt uns eine Bewertung ab, und zwar mindestens fünf Sterne. Das geht bei Spotify und bei Apple-Podcast. Und vor allem empfehlt uns weiter. Ja, bitte. Und ich empfehle auch mal Radio Erding einzuschalten, besonders nachts. Denn dort hat Tobias seine Zweitkarriere. Ja, nachts. Da heulen schon wieder die Werbelfe im Hintergrund. Tobias heißt dort nämlich Tobian. Und er beantwortet dort Fragen, die nicht ganz leicht zu stellen sind. Trotzdem trauen sich immer genug, Höris dort auch mal anzurufen und ihre intimen Sachen loszuwerden. Und ab und zu zweigt da auch mal eine Frage für uns, für unseren Tova-Podcast. Ab in dem Fall ist es die Luzi aus Landsberg am Lech, die uns diese Voicemail hier geschickt hat. Ja, hallo, Tobian. Es ist mir so ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen. Aber ich denke mal, dass du der Einzige bist, der mir da vielleicht helfen kann. Mein Neffe, der ist fünf, der hat mir erzählt, im Wald wohnt der böse Wolf. Und jetzt traue ich mich da nicht mehr rein. Mir ist es aber doch so wichtig, jeden Tag spazieren zu gehen. Was soll ich denn da jetzt machen? Liebe Luzi, das mit den Wölfen stimmt nur teilweise. Wölfe leben zwar im Wald, haben aber in aller Regel kein Interesse an kleinen Neffen. Höchstens an Schafen, Hirschen, Rehen, Gämsen, Wildschweinen, Murmeltieren, Füchsen, Hasen, Kleinnagern oder Vögeln und Mäusen. Worauf dein Neffe viel mehr aufpassen müsste, ist das Monster unter seinem Bett. Ja, also Luzi, da würde ich sagen, da musst du darauf achten. Danke, Tobian, für diese hilfreiche Antwort. Ansonsten im Wald ist keine Gefahr, aber unterm Bett muss man schon mal ab und zu drunter schauen. Das ist, ja, glaube ich auch, dass es so ist. Okay, Tobian wird jetzt wieder zu Tobias. Und Tobias, du weißt, jetzt kommt die Schnellrate-Runde. Bist du bereit? Ich bin immer bereit, Mario. Sehr gut, dann ist hier die Tohova-Podcast-Schnellrate-Runde. Erste Frage. Wie heißt das älteste Sextoy der Welt? Penis. Richtig. Wir bleiben beim Thema. Wofür hat ein katholischer Pfarrer auf Malta rund 150.000 Euro an kirchlichen Spendengeldern ausgegeben? Für Internetpornos. Richtig. Wie heißt einer der bekanntesten deutschen Werbeslogans, den die zum Henkel-Konzern gehörende Spülmittelmarke Priel 1984 einführte? Willst du viel, spül mit Priel. Richtig. Wie heißt der Slogan, den die zur FIT GmbH in Chemnitz gehörende Spülmittelmarke FIT seit ein paar Jahren verwendet? Willst du mehr, FIT gibt's her. Richtig. Harald Schmidt ist am 18. August 65 geworden, nachträg ich nochmal alles Gute. Wie viel Rente bekommt er ab sofort laut eigenen Angaben? 272 Euro. Er hat ja 15 Jahre eingezahlt. Immerhin, ja. Das ist richtig. Wer gründete 1981 die italienische Fluglinie Mistral Air? Das war Bart Spencer. Auch das ist richtig. Wovon lebt eigentlich Peter? Der Peter ist der Marketingchef des Ravensburger Verlags. Richtig. Welche Wahrsagerin verspricht den Besuchern des alljährlichen Rudolstädter Vogelschießens spirituelle Lebenshilfe? Das ist Madame Odessa. Auch das ist richtig. Was passiert mit dem Schnee, der auf finnischen Schneedeponien gesammelt wird? Der wird später in die Ostsee gekippt. Richtig. Wie hat vor ein paar Tagen ein Mann am Flughafen München einen hängen gebliebenen Schokoriegel aus einem Automaten herausbekommen? Er ist mit seinem Gabelstapler drunter gefahren und hat den Automaten durchgeschüttelt. Richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Ja! Die Ferse. Sehr gut. Hast wieder sehr viel gewusst. Ich habe sehr viel gelernt und die Höris wahrscheinlich auch. Also wirklich top. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Das mit dem Schnee finde ich eigentlich gut. Ich meine, hier in Bayern sammelt man den Schnee, um Biathlon-Veranstaltungen durchzuführen. Und die Finnen kippen es einfach ins Meer. Die haben wahrscheinlich so viel, dass schon alle Biathlon-Sachen versorgt sind. Die könnten das rüberschicken zu uns, aufs Schiff. So eine Schneelieferung. Im Container vielleicht. Ja? Ja, super. Ja, tolle Idee. Vor allen Dingen, weil es wird ja auch immer weniger mit dem Schnee bei euch in den Alpen. Ein bisschen in Finnland gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr. Lasst euch was einfallen. Vielleicht kann man es auch mit einer Schneekanone rüberschießen. Es gibt auch Schneekanonen. Macht mal vorne Schnee rein. Ich glaube, wir können einfach die Pipeline nutzen und transportieren ab sofort Schnee. Das ist gut. Durch die Pipeline, den Schnee jagen, wird der vor allen Dingen im Winter, nee, weil im Sommer wird es weniger genutzt werden, brauchen wir nicht so viel, aber das ist eine gute Idee. Eine Schneepipeline. Oder wir eröffnen einfach Nordschnee 3. Nordschnee 3. Für Schnee von Finnland nach Bayern. Für Schnee von gestern. Und Söder hat schon, glaube ich, die Verträge in der Schublade. Ich glaube, das ist alles schon eingetütet. Das hat sogar Marius Müllers Müller-Westernhagen gesungen. Die Verträge sind gemacht. Die Verträge sind gemacht. Ist das die finnische Ministerpräsidentin, die jetzt in der Presse immer ist? Ja, ich finde, die Tanzen in der Öffentlichkeit ist ja auch total scheiße. Ja, es gehört verboten. Hast du dir das mal angeschaut? Das Video. Ich weiß nicht, wie viele Videos es jetzt insgesamt gibt, aber ich habe eins gesehen, wo sie aber in einer WG oder sowas, wo sie in einer Wohnung tanzt. Ist das das? Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also, wenn man da schon Drogenkonsum sozusagen als Verdachtsmoment nutzt, dann muss ich sagen, geh mal nach Berlin. Ja, bei euch in die S-Bahn. Ja, was denkt, was da los ist? Da tanzt Scholz. In jeder S-Bahn ist der Bundeskanzler und lässt dort die Sau raus. Da geht es richtig rund. Vor allen Dingen in der Uhr 8. Jetzt hast du mich völlig durcheinander gebracht. Das war die Tora Podcast Schnellradrunde. Das habe ich ja schon gesagt. Deswegen wiederhole ich es auch nochmal. Das war die Tora Podcast Schnellradrunde. Und jetzt kommt der Moment in der Show, wo wir tatsächlich laut Vertrag auch jeder von uns beiden jemanden grüßen können kann. Und ich grüße an der Stelle den Rentenberater von Harald Schmidt. Wen grüßst du? Ich grüße Jakob. Jakob. Alles schön. Sehr gut. Jakob. Das klingt wie so ein Hirte, wie so ein Schafshirte. Ist es auch, oder? Ne. Und wir haben in der Schule schon über ihn gesungen. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Ich glaube auch, dass das so ein Erwanderer ist. Das klingt doch nicht jeder. Damit lernt man Kanon. Was ist ein Kanon? Bruder Jakob. Das ist der Kanon. Jetzt sind wir aber wirklich fast am Ende. Jetzt kommt nur noch der Song, den wir nicht spielen dürfen. Das stimmt. Und wir spielen jetzt ein Spiel, das auch jeder kennt und jeder lernt. Ich überlege gerade, wann lernt man dieses Spiel, Mario? Bei uns im Podcast. Ein Spiel, das... Bei uns im Podcast zum Beispiel, ja. Aber ich meine, wir kennen das ja schon. Und Ihre liebe Höris auch. Schnick, schnack, schnuck. Ja, aber das lernt man, glaube ich, auch schon im Kindergarten. Oder sogar noch früher. Ja, im Zweifel notfalls auf der Straße, ja. Vielleicht direkt nach der Geburt hier. Hier ist die Schere, ja. Ja, genau. Schneiden jetzt deinen Nabel durch oder nicht? Schnur. Ja, einer hat die Schere und der andere hat die Nabelschnur, genau. Und der Dritte hat das Papier, ja. Ja, genau. Wo das Baby dann eingewickelt wird. Das Baby wird ins Papier dann eingewickelt. So war das doch, oder? So war das, ja. Also, der Song, den wir nicht spielen dürfen, ermittelt durch das Spiel, das wir spielen müssen, um den Song, den wir nicht spielen dürfen, zu ermitteln. Ja? Ungefähr so. Das ist vollkommen recht. Jetzt kannst du mich nicht sehen. Wie wollen wir das jetzt machen? Wir zählen einfach rückwärts ein. Ich sehe dich. Ach, du siehst mich, aber ich sehe dich ja nicht. Genau. Okay. Du siehst mich. Na, okay. Probieren wir es trotzdem mit einzählen. Drei, zwei, eins. Schnick. Schnick. Schnack. Schnuck. Schnuck. Ich habe Schere. Was hast du? Ich habe Dampfwalze. Dampfwalze überrollt. Schere. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ausnahmsweise. Du machst ja auch alles platt mit dem Ding. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Okay. Ich habe ein tolles Lied rausgesucht heute. Und zwar handelt es sich um ein Lied von einer fünfköpfigen österreichischen Rockband. Ja, österreichische Rockband aus Wien. Das ist ja fast schon doppelt gemobbelt. Hast du jetzt schon eine Idee, wer es sein könnte? Fünfköpfige österreichische Rockband aus Wien? Vielleicht. Vielleicht. Okay. Dann ich mache es noch ein bisschen leichter für dich. Die kommen ursprünglich aus dem ländlichen Raum, haben während ihrer Schulzeit schon Musik gemacht und Videos im VHS-Stil gedreht. Wir haben die damals tatsächlich noch auf VHS aufgenommen. Die Jungs haben es im VHS-Stil gedreht. Also wir haben beide auch schon Videoerfahrungen, einen ähnlichen Lebenslauf. Aber wir haben keine Musik gemacht damals, oder? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wir haben, doch wir haben es, wir wollten anfangen, aber dann wurden wir gestoppt. Wir wollten eine Band, doch, das stimmt tatsächlich. Wir hatten doch so einen Schub, so eine Art Gartenbude. Richtig. Und dann ist es mehreres passiert, irgendwie wurde jemand schwanger oder das Studium hat angefangen, also irgendwas war dann dazwischen. Gut, aber wir schweifen später ab. Genau, nach dem Ende der Schule hat diese fünfköpfige Rockband die lokale Szene in Wien aufgemischt. Also sie sind dann nach Wien gezogen, haben die lokale Szene ein bisschen irritiert mit ihren, mit ihren musikalischen Oeuvre und ihre Songs erscheinen auf dem Indie-Label Problembär Records. Das fand ich so lustig, das muss ich mit erwähnen. Das Video zur Single Linz bei Nacht, das wir jetzt nicht, nicht spielen, wurde für den österreichischen Musikvideopreis 2017 nominiert und sie waren mit diesem Song Linz bei Nacht auch bei Stermann und Grisemann in Willkommen Österreich, der besten Late-Night-Show der Welt. Und jetzt kommen wir aber zu dem Lied, das wir nicht spielen dürfen, aus den Kommentaren unter diesem Video habe ich zum Beispiel rausgefischt, sehr, sehr gut, NDW New Wave Erinnerungen an meine Jugend in den 80ern werden wach und ein weiterer Kommentar sagt, Falco meets The Cure, saugeil, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Hier sind vom 2018er Debütalbum mit dem Titel Global, die Band, oder hier ist die Band Flut mit schlechte Manieren. Ich bin gespannt, Mario geht ja schon ein bisschen ab, ich sehe es gerade im Video, weil du keine schlechten Manieren hast, ich kenne dich, du hättest sie gern. Ja, ja. Also es ist... Es ist ja in den vergangenen Jahren einiges Gutes aus Österreich an neuen Bands rüber geschwappt, ja die sind ja in den vergangenen Jahren, also die sind ja schon auch wieder ein paar Jahre, wenn ich an so Bilderbuch denke. Die können das einfach, die Jungs. Die haben es, also die Ösis, man denkt es nicht, was heißt man denkt es nicht, ist völliger Quatsch, natürlich können die Ösis Musik machen, selbstverständlich, aber es ist tatsächlich, es sind viele Bands, denen aber auch eine Chance gegeben wird, weil es gibt auch Radiosender, die die erstmal spielen müssen, also du musst ja auch erstmal im Radio gespielt werden, damit du richtig bekannt wirst und das gibt es in Österreich, diese privaten Sender, FM4, ja zum Beispiel, die du ja kennst. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du es da schon mal irgendwie durch Zufall schon mal gehört, ist ja nun auch nicht mehr das jüngste, ist ja von 2018, also bitte mal reinhören, schlechte Manieren. Und wir haben natürlich auch schlechte Manieren, nee wir haben gute Manieren, sonst würden wir nicht Tschüss sagen, am Ende, so würden wir einfach, wir sagen Tschüss. Wir haben gute Manieren, wir sagen immer Tschüss. Wir sagen Tschüss, also wir sagen, wir machen Tschüss für heute und sind aber in zwei Wochen wieder für Sie, liebe Hörerichs da draußen da, bis dahin verabschieden sich der Tobi aus dem Studio Erding und der Eismann aus dem Telesibirsk Sommerstudio in Magdala, denn wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Tohuwa! 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 Tohuwa was? Tohuwa was? Nee, Tohuwa! Tohuwa was? Tohuwa was? Tohuwa podcast? Der Tohuwa Podcast ist eine RG28 Produktion, hergestellt im Auftrag von Tele Sibirsk. Der Tohuwa cośbe, was, Untertitel im Auftrag von Telefonklinikum, Dass es uns steht, wenn eine RG29-ihita, wenn wir wit ein kleines Exodus Judas für